Hallo und willkommen bei einem ganz besonderen Video aus dem Hause Halo Base. Der Release der ersten Ausgabe von Forward Unto Dawn steht vor der Tür und das Team von Halo Base hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch einmal darüber zu informieren, welche Charaktere ihr finden werdet, was es mit der Corbulo Akademie auf sich hat und von wem die Charaktere verkörpert werden. Außerdem bekommt ihr hier alle Informationen, die ihr braucht über den Entstehungsprozess von Forward Unto Dawn, wo das Teil gedreht wurde, wie viel es ungefähr gekostet hat und vieles, vieles mehr. Aber nun erstmal viel Spaß mit den kommenden Minuten über Forward Unto Dawn. Bekanntermaßen ist Forward Unto Dawn eine Miniserie basierend auf dem Halo-Universum. Die Story der Serie wurde geschrieben von Aaron und Todd Helbing. Kenner werden diese beiden Namen bestimmt kennen, denn die beiden haben bereits Serien wie Spartacus und Smallville auf die Mattscheibe gebracht. Auf dem Regiestuhl Platz genommen hat Stuart Handler, der bekannt ist für kleinere Produktionen wie Whisper, Stimme des Bösen und Schön bis in den Tod. Auch wenn Handler nicht der berühmteste Regisseur ist, so hat er sich in einem Interview vor kurzem als großer Halo-Fan bekannt. Und das ist wohl viel wichtiger als sein Bekanntheitsgrad. Als Drehort fungierte die Universität von Vancouver in Kanada. Diese war bereits Drehort von Stargate SG-1 und Battlestar Galactica und ist somit schon an das Sci-Fi-Setting gewöhnt. Das Budget der Produktion von Forward Unto Dawn kann sich auch sehen lassen und zwar sind das laut der Los Angeles Times etwa 4 bis 8 Millionen US-Dollar. Da aber das beste Set und das größte Budget bekanntlich nicht ohne Schauspieler auskommen können, bekommt ihr jetzt genau zu diesen ein paar Informationen. Cast-technisch fährt Forward Unto Dawn einiges auf. Zum einen gibt es namhafte Schauspieler, zum anderen aber natürlich auch unbekannte Schauspieler, die mit Forward Unto Dawn ihr Debüt feiern. So zum einen den jungen Schauspieler Tom Green, der die Hauptfigur Thomas Lasky verkörpern wird. In einem Interview gab Tom Green an, dass er sehr früh in Kontakt kam mit der Halo-Serie, dann allerdings diesen Kontakt ein bisschen schleifen ließ. In Vorbereitung auf Forward Unto Dawn hat er sein Wissen allerdings wieder ein bisschen aufgefrischt und ist somit top vorbereitet für seine Rolle als Thomas J. Lasky. Was sind diese Dinge? Anders sieht es aus bei der weiblichen Hauptrolle. Diese wird verkörpert von Anna Popplewell, welche bereits in den Koniken von Narnia als Susan zu sehen war. Weitere Schauspieler sind unter anderem Mike Dupont, ein bekannter Schauspieler und Stuntman, der unter anderem an X-Men Origins oder 300 mitgewirkt hat. Jedenfalls mit dabei sind Oswig Chow von 2012 und I Let's Surah, bekannt durch München und 8 Blickwinkel. Daniel Cutmore, der zuvor in der Twilight-Serie zu sehen war, verkörpert zwar den Master Chief, aber keine Angst, vertont wird der Chief und seiner üblichen englischen Synchronstimme Steve Downs. Weitere, wenn auch unbekannte Schauspieler sind unter anderem Jenna Berman, Anisha Brewster, Neil Ellis, Mason Holden, Chris Shields und Jill Teeth. Wir dürfen uns also auf ein breites Feld aus namhaften und unbekannten Schauspielern freuen und damit auf eine große Vielfalt von neuen Gesichtern. Die Serie Forward Unto Dawn wird auf dem YouTube-Kanal von Majinima Prime und auf Waypoint zu sehen sein. Bei der Limited Edition von Halo 4 wird es eine 90-minütige Extended Edition von Forward Unto Dawn geben. Diese beinhaltet 15 Minuten umgesehenes Filmmaterial. Zeitlich spielt Forward Unto Dawn in den ersten Jahren des Allianzkrieges. Der junge Thomas J. Lasky befindet sich zu dieser Zeit an der Korbulu Akademie und beendet dort seine Offiziersausbildung. Die Akademie wird jedoch sehr früh im Allianzkrieg angegriffen und genau in diesem Zeitraum spielt auch die Serie Forward Unto Dawn. Die Korbulu Akademie oder ganz genau die Korbulu Akademie of Military Science ist eine Offiziersakademie in den äußeren Kolonien der Menschheit. Unter den Augen von General Black werden dort Kadetten zu Offizieren ausgebildet, so auch der Protagonist der Serie Thomas J. Lasky. Thomas ist aber natürlich nicht der einzige Kadett auf der Akademie und so erfahrt ihr jetzt von uns einiges über die Charaktere, die ihr in der Serie zu sehen bekommt. Der Protagonist von Forward Unto Dawn ist Thomas J. Lasky. Zum Zeitpunkt der Serie absolviert er gerade seine Ausbildung an der Korbulu Akademie. Dort tritt er im Gegensatz zu seinem Bruder etwas aufständisch auf, allerdings wird er im Laufe der Serie einige Abenteuer bestehen müssen und wir sind sicher, dass er das auch schafft. Ab dem 6. November treffen wir dann erneut auf Thomas als Kommandant auf der Infinity, die bei Halo 4 ja bekanntlich eine große Rolle spielt. In der Serie Forward Unto Dawn kommen auch drei Spartans vor. Der wohl bekannteste dieser drei Spartans ist der Master Chief. Zum Master Chief muss man wohl nicht sehr viel sagen. Er ist der Hauptcharakter der Halo Teile 1 bis 3 und er spielt auch in der Serie Forward Unto Dawn eine bedeutende Rolle. Der Spartan Fred ist einer der wenigen überlebenden Spartan 2. Er ist Spezialist für Messer und befindet sich aktuell auf der Schildwelt. Welche Rolle er in Forward Unto Dawn einnimmt, ist noch nicht bekannt. Auch Kelly ist eine der wenigen Spartan 2. Sie ist die schnellste der Spartans und war schon immer schwer zu fassen. Auch ihre Position ist aktuell die Schildwelt. Ihre Rolle in Forward Unto Dawn ist genauso wenig bekannt wie die von Fred. What does this mean? You're leaving? Chyla Silver ist wie Thomas J. Lasky eine Kadettin an der Corbulo Akademie und genauso wie Thomas absolviert sie dort ihre Offiziersausbildung. Bis auf die Tatsache, dass sie aus den äußeren Kolonien stammt, ist nicht viel über Chyla bekannt. Auch über ihre genaue Rolle in Forward Unto Dawn gibt es nur spärliche Informationen. Fest steht nur, dass sie sich mit Thomas auf jeden Fall eng anfreunden wird und vielleicht entsteht ja auch so etwas wie eine Liebesbeziehung. Was es genau damit auf sich hat, werden wir wohl erst am kommenden Freitag erfahren und dann in den späteren Folgen von Forward Unto Dawn. Wie bereits erwähnt, könnt ihr ab kommenden Freitag die erste Folge von Forward Unto Dawn überall im Netz und natürlich auch bei uns begutachten. Sollte es bis dahin irgendwelche neuen Informationen geben, dann werden wir es euch natürlich sofort mitteilen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit euren Halo Games und sagen bis dann, euer Halo Base Team. Mayday, Mayday, Forward Unto Dawn, Immediate evac, 117. Mayday, Mayday, Forward Unto Dawn, Immediate evac, 117. Tschüss. Tschüss.